Sofort Mir nach Hier kann ich überall nicht runter Das heißt hier ist Sarkasse Ich muss ein ganzes Stück zurück laufen Toll, dass die Prinzessinnen irgendwie alle gleich aussehen Auch Hier wäre halt die nächste Oder wahrscheinlich eher die letzte Weil hier oben ist garantiert auch noch eine Und hier kommen wir halt nirgends lang Wir müssen halt wieder nach hier oben Und hier abzweigen Ja Es wird noch eine Weile dauern Bis zum nächsten Mal Und hier unten Und hier unten Hier unten Und hier unten Dann Und hier unten Hier unten Und hier unten Vorwärts! Vorwärts! Mal kurz gucken, ob hier unten noch was ist. Vorwärts! Vielleicht geht's gleich runter in dieses Tal hier. Das ist einfach nur rein zur Zierde da. Mir nach! Ja. Vorwärts! Schnell! Zu euren Diensten! Hör das Licht! Wir verlassen euch nun. Viel Glück auf eurer Reise! Zu Befehl! So umschafft es. Ja! Bringen wir es zu Ende! Feindlicher Angriff! Zerrückt mit euch! Haltet durch Männer! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Das kürzelt! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! He! Haltet auch still! Haltet durch Männer! Sie sind überall! Vorwärts! Folgt mir! So jetzt die Dämonen weg! Für die Rune! Schließt die Reihen! Um beides kaputt machen! Feindlicher Angriff! Vorsicht! Sie sind überall! Achtung! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Kämpft! Genau! Tötet langsam die... Schließt die Reihen! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Haltet durch Männer! Zerschließt langsam die Spiegelbilder, dass wir wieder mehr Platz haben! Wollte ich sagen... Achtung! Haltet durch Männer! Oh! Blutband! Ja! Die Kräle... Ihr seid frei, Prinzessin! Erhebt euch! Danke! Der Flur ist gebrochen! Ja! Vorwärts! Sofort! Schnell! So, von hier aus erstmal nach den Norden! Mir nach! Folgt mir! Einfach mal kurz gucken... Was da nochmal war! Sofort! Ob da überhaupt was war... Vorwärts! Oder so waren! Aber ne... Sieht nicht danach aus, als ob da überhaupt was ist! Ne... Einfach nur der Weg zurück! So, sie schafft's zum Portal! Ja gut, der Teil ist noch relativ einfach... Wir verlassen euch nun! Viel Glück auf eurer Reise! Zurück mit euch! Hier! Sofort! So, der Sensenläufer ist weg! Schnell! Mir nach! Jetzt müssen noch die Dämonen... Folgt mir! Mal gucken, ob noch Sensenläufer auf dem Weg sind! Natürlich sind da noch Sensenläufer auf dem Weg! Aber da sehen wir schon die Gräber der... Wölfe! Schließ die Reihen! Zeit zu sterben! Feindlicher Angriff! Sofort! Für die Freiheit! Vorsicht! Mir nach! Lustig wird halt wieder die Stelle mit dem Mosaik... Für die Freiheit! Schließ die Reihen! Achtung! Dann werde ich viel mehr Totenbeschwörer dann benutzen! Feindlicher Angriff! Schnell! Und los! So, dann muss ich da einmal rum... Bin ich da bei... Sofort! Hier! Sofort! Und los! Den letzten Dämonen... Zum Angriff! Ach, da ist noch ein Sensenläufer! Okay! Hat der mich gerade erschreckt? Ich habe jeder Fall von da jetzt in die Ecke! Hab halt nur die Klinge gerade gesehen gehabt! Beteiligt euch! Schnell! Vorwärts! Ich muss ja schon sagen, dass ich verdammt guten Schaden mittlerweile mache... Die Lebenspunkteunterschiede sind aber auch krass teilweise... Also ich meine dafür... Okay, der besitzt halt... Der verdammt hohe Rüstung von der Tour aus... Auf mein Kommando! Vorwärts! Ich könnte ihm theoretisch halt auch... Einfach einen großen Hammer geben... Schlag sie zurück! Sie sind überall! Sie sind überall! Sie müssen alles kaputt machen! Komm zu oben! Komm! Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Zu Ehre Aronius! Au! Halte durch, Herr! Zurück mit euch! Sie sind überall! Still! Achtung! Hö! Halt doch still! Kämpft! Verstärkt die Deckung! Zeit zu sterben! Halte durch, Männer! Halte durch, Männer! Zurück mit euch! Schließt die Reihen! So! Zurück mit euch! Gut, die letzte Kröte! Ja! Jetzt die Kröte! Kreatur schaut euch mit großen... Vierer... Vierer... ... ... ... ... ... ... Ja, das hatten wir jetzt schon! Auf meinem Befehl! So! Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wir wechseln von der Sumpflandschaft, also von der Einöte, in das Vulkangebiet. Mit den bösen Wölfen und so. Was klotzt denn, Heuer? Was klotzt, der Flummen ganz schön im семnen Wiel lifestyle? Mit Agamun können wir erstmal noch nicht reden, weil wir warten müssen, dass sie verschwindet. Naja, wir merken, wir machen wieder guten Fortschritt eigentlich. Könnte ihm auch ebenso gut das Teil hier geben, statt den beiden. Vielleicht macht er damit ein bisschen mehr Damage. Gucken wir einfach mal. So, die ist gleich dort. Wir verlassen euch nun. Viel Glück auf eurer Reise. Ja. Ihr habt die Prinzessin erlöst. Berichtet Agamun davon. Die Prinzessin sind frei. Ultrus erster Fluch ist gegen den Band. Berichtet Agamun davon. Vielleicht erzählt ihr euch von dem zweiten Fluch. Was? Ah, ihr seid es. Die Prinzessinnen sind erlöst. Gut, ihr habt den ersten Fluch von den brennenden Steinen genommen. Was hat es mit den anderen Flüchen auf sich? Der zweite Fluch traf Uthrus jüngeren Bruder, Surt, der sich mit dem Eisriesen Gorg verbündet hatte, um Uthru als Wächter des Kolosseums zu stürzen und an den Lava-Rubin zu gelangen, Uthrus größten Schatz. Surt stahl den Rubin. Doch Gorg wurde von den Zwergen der Grimwag-Berge geschlagen und der schwache Surt war schutzlos. Er flehte seinen Bruder um Gnade an, doch Uthru verfluchte auch ihn. Er verdammte ihn dazu, das gleiche Schicksal zu teilen wie sein Komplize Gorg. Als untote Kreatur sollte er hier eingesperrt bleiben, als ewiger Echter über den Lava-Rubin, den er geraubt hatte. Uthru schloss das Tor und sperrte Surt und seine Gefolgsleute hier ein. Der Fluch sollte so lange halten, bis Surt den Lava-Rubin aus freien Stücken zurückgeben würde. Doch der gierige Surt klammert sich bis heute daran. Er ist immer noch hier gefangen. Er kennt nur Vernichtung und rasende Wut. Ihr müsst ihn schlagen und den Lava-Rubin an euch nehmen. Aber ihr dürft ihn nicht behalten oder der Fluch trifft auch euch. Bringt den Lava-Rubin zu mir, damit ich ihm den Feuern der Erde zurückgeben kann. Ja, Gorg haben wir ja besiegt. Schade, dass es dazu keinen Kommentar gab. Vorwärts. Gut, ich würde aber sagen... Folgt mir. ...dass es jetzt hier wieder mal der Zeit für einen Cut ist. Also, Spiel speichern, let's play Schatten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder.